Ein Sohn des Christen Romantier, Sir Donnerhai, Don Chufo Sandro. Zogen auf den Beschnitt Levitz, Besitz und Stationen, die die Dressur fährt, das Leisterzentrum in Lottbergen in Lüningen, die heute zum ersten Mal hier bei uns sind. Wie gesagt, der Siegerhengst kommt ja auch noch bei uns. Er ein unglaublicher Chameur, dieser Frau Romance, der allerletzte Typausprägung. Dieser Hengst mit großartigen Leistungen, Prämiensieger war ein Herr Oldenburger Land. Eine großartige Prüfung hat er absolviert. Die Volksschwester war Siegerstute in Oldenburg. Die ist sicherlich auch einmalig, Siegerhengst und Siegerstute. Die Prüfung mit überragenden Noten 9,25 für den Trapp, die Rätigkeit mit 9, der Galopp mit 8,88. Siegerhengst und auch Prämiensieger, auch das haben nur wenige erreicht. Dieser hochchamante Fürst Romance, hier bei Kira-Wulfa, den Götter zu. Sie können nachher nochmal auf die anderen Seite gehen. Da sitzt man, finde ich, noch so ein bisschen dichter dran. Da ist nicht dieser euren Zaun da vor dir. Was hältst du davon? Was hältst du davon? Was hältst du davon? Oh, Black-Beauty-Musik. Die Fraktion um die 30 so gleich. Ja, vielen Dank an Kira-Wulfa-Ding, an das Leistungszentrum in Lott-Bergen und diesem hoch talentierten, hochwertigen Fallen Romance von Kira-Wulfa-Romance-Sieger. Und ich kann ruhig applaudieren, der kann das haben, der guckt so schön rein. Ja, das ist Ausstrahlung, für wen es gibt, der feinste Gott. Ja, danke. Danke. Danke.